Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Tipp der Woche. Wir blicken heute in den MDAX und zwar auf Sartorius. Die Aktie hat eine Hochstufung bekommen von der Deutschen Bank. Kursziel 490 Euro. Wir waren dann heute Morgen auf ein neues Rekord hochgestiegen auf 430 Euro knapp. Jetzt sind es 419 Euro, aber das ist ja gut für uns, die da etwas günstiger noch rein wollen. Wir waren quasi wieder auf dem alten Ausflugsniveau kurz bei 416,80 Euro. Das ist das November hoch, das wir eingezeichnet sehen. Jetzt kann es dann quasi weitergehen nach oben, wenn wir eben diese Hürde überwinden oder auch nach oder auf Schlusskursbasis überwinden. Und dann sollte es sich doch lohnen, ein Long-Produkt auf Sartorius zu kaufen. Hier die WKN HR04DD. Kostet aktuell 13,63 Euro. Den Stoppkurs platzieren wir wie gewohnt relativ eng bei 12 Euro. Und dann Kursziel schwer zu sagen, aber ich denke mal 460 Euro sind da vielleicht auf die nächsten Wochen drin. Und dann steht der Schein bei 17,50 Euro. Also ein ganz ordentliches Chance-Risikoprofil. In der vergangenen Woche hatten wir einen Apple-Schein angedacht und gepfohlen. Die Spekulation ist leider nicht aufgegangen. Die Zahlen waren zwar herausragend von Apple, muss man ganz klar sagen. Doch der Ausblick war etwas gedämpft und das hat doch manchem Anleger nicht gefallen. Außerdem war der Gesamtmarkt ja zwischenzeitlich sehr schwach. Und deswegen sind wir auch unter den engen, muss man auch sagen, engen Stopp gefallen bei 1,10. Empfehlungskurs war 1,23. Also da ist nicht viel passiert von den Verlusten her, weil wir den Stopp recht eng gesetzt haben. Es war auch richtig, wie man sieht, 90, 89 Cent der aktuelle Kurs. Grundsätzlich bin ich von Apple überzeugt, auch wenn da der Ausblick vielleicht nicht ganz so euphorisch war. Aber das Unternehmen wird seinen Weg gehen. Vom Timing her war es halt etwas unglücklich. Aber der Schaden hielt sich, denke ich mal, sehr in Grenzen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, auch wenn mal ein Trade nicht aufgeht. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns erhalten und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. Tschüss, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.